Ich bin Jan Filippi, mir gehört die Firma. Ich habe sie vor 25 Jahren gegründet. Wir denken uns Wohnaccessoires, manchmal auch Geschenkartikel aus. Alles relativ hübsch, relativ wertig, um nicht zu sagen hochwertig. Wir designen die dann und lassen sie herstellen und vertreiben sie in aller Welt. Also unsere Formsprache ist, glaube ich, organisch, relativ zeitlos, keine Verzierungen. Sie muss einfach sein. Ja, wir sind 25 geworden und das macht einen schon so ein bisschen stolz. Als ich das damals angefangen habe, habe ich nie damit gerechnet, dass wir jemals 25 Jahre überstehen konnten. Aber wir haben es geschafft und dann soll man sich auch, finde ich, mal die Zeit nehmen, die Musse nehmen, das irgendwie auch gebührend zu feiern und für sich auch selber mal zu genießen. Wir haben ganz viel vorbereitet. Also wir haben unsere ganze Wiese hier klargemacht für unsere Kunden. Wir haben unsere Designer eingeladen. Die stehen dort unten. Die signieren ihre Produkte für unsere Kunden. Die erklären auch, wie es zu den Sachen gekommen ist. Wir haben dort unten unser Museum aufgebaut. Natürlich gibt es was zu essen und zu trinken. Vielleicht das Wichtigste, ich zeige die Sommerkollektion. Die hat noch gar keiner gesehen. Wir machen etwas, was wir wahnsinnig gerne machen. Philippi ist so mein Baby. Ich habe keine Kinder. Für sie ist dieses hier wirklich mein Kind. Das macht mir einfach großen Spaß und ich habe mir, glaube ich, ein Team um mich herum gescharrt. Das fängt an von Mitarbeitern, die hier sind, von Designern, aber auch von ganz vielen Kunden und Vertrieben in aller Welt, die auch Lust haben, genau diese Sachen mit uns weiter zu bearbeiten und praktisch unter die Leute zu bringen. Ich will einfach schöne Produkte machen, an die man sich erinnert, die die Leute gerne haben. Und das macht mir großen Spaß und solange jemand da ist, der das kauft, freue ich mich. Und das macht mir einen wunderschönen. Ich will einfach so früh mit euch amgen, wie also quantitiert und auf Heart 보니까, Vielleicht ist meine drive, aber auch keine Signal.